Willkommen heute zum nächsten Part von DuckTales.de NES und heute geht es zu den Himalajas. Wir suchen die Krone von Chingistan, ahu. Ich setze mich noch mal bequem hin hier, so mal nebensüchtig. Ach, besser. Und wir sind, ja, Schnee, 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 Schneehasen und ruhig. Oh, ich kann keinen Bock gesprungen mehr im Schnee machen, dann flatsch ich da rein. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Geh weg, du. Hm, nom, nom, nom. Okay, geht nicht. Äh, ja, alles klar. Oh, Bergziege. Bergziege. Bergziege, okay. Ich hoffe. Oh, du doofe Zige, du doofe. Ich will jetzt nicht hier. Oh, oh mein Gott. Ich mach euch alle weg, zack. Oh, geil. Ah, es ist immer gut. Mal macht es Sinn, ne? Um den Schnee ging es auch im Eis drauf rein zu hämmern. Äh, kam ich nicht vorher hoch? Egal. Ah, wuch, super. Und eben so. Gibt es hier noch was? Oh. Ich hab noch Dago, Dago-Dolge bekommen. Gibt mir ein Leben. Ach, er mich. Äh, oh, quack, hi. Könnte, ich könnte jetzt schon mit dir. Ah, ich warte noch. Vielleicht krieg ich noch, ich möchte gerade, vielleicht noch, äh, weg. Vielleicht krieg ich ja noch die Möglichkeit hier, was zu kriegen. Wir gucken mal kurz. Komm euch wieder. Nicht abbauen. Vielleicht kriegen wir noch die Möglichkeit. Oh, ja. Wenn ich weiter noch so dicke Spruch. Also wenn ich jetzt noch ein Siemer kriege. Ach, du doofe Spinnen, du doofe. Okay, ruhig. Okay, oh. Ja. 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 Bubba's trapped in the ice. Please help him. Alles klar. Ja. Ja. Ah. Ah. Gibt nix. Eiszapfen. Ja. Oh, jetzt hab ich zu. Jetzt hab ich drei. Hunderttausend. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Ach, wer kriegen wir noch? Vielleicht noch was in die Hand gedrückt. Ja. You saved me good. I show you secret treasure. Ja, nice. Danke. Krieg ich jetzt nochmal ordentlich... Oh, was ist das denn? Ach, guck mal. Mehr Lebenspunkte. Auch gut. Kann man auch nicht... Nein sagen bei sowas. Okay, kommt nichts mehr. Wie komme ich jetzt hier rüber? Komm, nochmal rüberspringen. Uiuiui, das war knapp. Ja. Kann ich... Hier kann ich Sprünge machen. Das ist gut. Ja. Ja. Könnt ihr mich eigentlich an die Hasen farmen? Oder? Komm, du dummes Kanickel. Okay, ich probiere nochmal. Last try. Okay, die Tropfen nix mehr. Schade. Okay, das ist ungeblieben, Gott sei Dank. Oh nein, zeug mir versaut. Tolle Wurst, tolle Wurst. Komm, du hässliche Spinnevieh. Oh, geht. Ja, jetzt hab ich mir das richtig verbaut hier. Da muss ich mal ganz komplett zurückgehen. Sich jetzt aber mal. Da könnte ich noch mal probieren. Ne, der Stixler drum. Schade aber auch. Oh, nochmal ohne. Ja, okay. Ich hab schon gedacht, jetzt hab ich mir den Weg zur Verbaut. Gut, ich will nix mehr, ich kann über die... Das ist die Respawn zu dem Blö... Du Blöds. Äh... Da, 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 da. Jo. Ich hab doch mal ein paar Diamanten für mich. I need Diamonds. Come on. Ich hab doch mal früher abgesaust mit Quack. Äh... Was zum Teufel? Oh, okay, danke. Ach, danke. Ja, komm, die Sache schon ein bisschen näher. Ja, komm, dann müsste ich mich hier durchziehen kann. Ui... Was haben wir hier? Okay? Alles okay? Multitucks? Ne, war nicht die Multitucks. Könnt ihr mir wenigstens mal was proben hier? Ja, jetzt fliechen. Ich glaub, die machen sowas ähnliches richtig. Werden bestimmt hier... Glaub ich auch nie die Blöcke weg. Ihr habt jetzt nicht schon. Oh yeah. Ein paar Diamanten, die jetzt den noch droppt, dann will ich jetzt sehr glücklich. Ich hab dann wiederhaut mich weg. Können wir noch hier hoch? Und was riskieren? Ja... Was macht der Panzerknacker hier? Ja... Mir... Ach, nicht hoch helfen. Oh yeah. Ah, komm, ich geh nochmal zurück. Vielleicht krieg ich jetzt auch einen Rückweg. Vielleicht... Häckig... 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 Oh, noch ein Eis wunderbar. Es gibt mir noch ein Diamant von euch. Komm, ihr Pfeifen. Gib mir jetzt ein Diamant. Ich brauch nur ein Diamant. Komm. Einfach auch hier noch. Komm. Komm, jetzt mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Komm. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Das war knapp. Nee, 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 nee. Kannst du dir aus dem Kopf knallen, Freundchen? Ach, ich bin noch... Ja, habt ihr das gehört? Ich habe jetzt... Ah, Gott. Hab ich mich gerade selber damit... Jawohl. Unangenehm. Ähm... Ich kriege so meine Möcke auf den Diamanten wenigstens. Komm, hol den Diamant raus. Ähm... Jetzt komm schon. Ich brauch doch nur einen jetzt. Weißt du, ich geh jetzt darüber. Gucken, was da passiert. Gucken, was da passiert. Komm, unter nur hässliches Vieh. Okay. Okay. Okay, da reiche ich auch ab. Ich werde jetzt aber von den Diamanten droppt. Ich schwöre, ich werde sauer dann. Gut. Weg, 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 weg. Einmal hier. Spinne wäre vorbei. Hoppala. Okay. Da, 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 da. Uah. Ach, Alter. Wenn du mich jetzt runtergeschubst hättest. Ich schwöre. Wäre aber richtig knatschig geworden. So. Ah, du Duckburg. Mr. McD. Yes. Jetzt müsste ich wieder runterplumpsen. Ja. Jetzt kann man erstmal ordentlich Diamanten abfarmen. Wieder. Oh, oh mein Gott. Wäre jetzt aber sehr uncool gewesen, wenn ich jetzt hier runtergeplumpst wäre. Jo, wunderbar. Oh, guckt euch das mal an. Komm auch nicht mit. Ui, 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 ui. Eine kleine Pause. Wunderbar. Ich könnte es einen Schnitt machen, aber komm. Ich mache jetzt einfach. Ich ziehe es einfach so durch. Wieder nochmal. Da, 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 da. Okay. Ja, ich weiß. Der Plätzepart war ja ein bisschen, ja. Da hat sich jetzt die Zeit gelassen. Aber ihr kennt es ja halt, ne. Privatliches Arbeitsklima, etc. Etc. Ja, wenn man halt meistens immer müde ist, so. Oder platt. Will man natürlich nicht so platt rüberkommen bei den Aufnahmen. Ui. Wegen. Deswegen habe ich mich mehr mit Stream beschäftigt, damit ich wenigstens, ui, 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 ui. Kann ich es aber gar nicht anfassen. Das geht erstmal voll fett jetzt hier. Legen wir los hier. Wunderbar. Wusch. Da, 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 da. Ist mal eine blöde Frage. Kriege ich jetzt wieder die Dolly zurück hier? Ui, 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 ui. es auch nicht mehr da zurück aber ich will schnell mehr alles so dann wieder gehen wir noch mal leider den weg noch mal neu diesmal doofes was jetzt hier auf diese genau diese pixel kannte gelandet bin und jetzt passiert hier gibt es nichts mehr kann jetzt zurück gehen ja ja weiter sagt komm herr du dämischer hase durch bleibt da oben du hänsel kopf einmal so wieder weil es so lustig ist immer ganz schön wieder hier eine taler 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 freut sich der dagobert voller freude sein geld speicher hüpfen kann ja 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 ich habe jetzt so wie mehr als kommt mir jetzt so vor also wenig vom mittleren sondern von welches geht kein kassiert habe jetzt hätte ich beispielsweise aufwärts zurückgehen können für mich ein bisschen veräppelt vom spiel aber naja weil ich da ein paar punkte berührt habe die ich vorher nicht berührt habe mehr aus seien da kann man unterlässlich ist wie bab und bab Oh, das ist mein Hawkeyes. Wo sind die Hawkeyes? Bye. Gut. Reiß nämlich immer gern mit. Ach du. Mann, du Mist, wie? Du verarschst mich doch jetzt hier gerade. Da sind nur Momente, wo ich mich wieder aufregen kann, ne? Dieses Spiel. Ach, nett, stopp. So, was kann man nicht hier hochgehen? Oh, du Knacker. Umgeht er? Jetzt, danke. Wache dich so. Hier, aber du. Ah, würde ich sagen, du hast doch sonst eine Truhe hier gelassen, gespawnt. Oh, weh, oh, ich sehe schon da was. Okay, ich glaube, da hätte ich schon Probleme gehabt, zurückzukehren. Oh, mein Ernsthaft, die Diamanten spawnen dann damit nicht vor. Okay, was ist hier? Oh, Boss Time. Wer kommt denn da jetzt? Ein Yeti. Oh, mein Gott. Ein Yeti. Okay, Kugel fallen Gott sei Dank nicht so schnell. Oh, ich glaube, der Boss ist bald, wird sch-easy. Ich habe doch Difficult drinne. Also, eigentlich würde ich bei Difficult ein bisschen was mehr erwarten. Und da ist er weg. Und da ist die Krone von Genghis Khan. Ah, schön. Wunderbar. Oh, guckt, Alter, Mann. Oh, mein Gott. Das gibt es ordentlich zaster. Aber richtig, richtig zaster. Schmeckt. Schmeckt. Dann würde ich sagen, nächsten Part dann Dämones. Meine Lieblingsmap. Also, bis zum nächsten Part dann. Bye, bye. Hey, listen, listen. Hey, listen, listen. Bis zum nächsten Mal.